Rechts lesen. Da! Vollversion. Kostenloses Upgrade für PS5. Alter, es ist jetzt nicht euer Ernst. Ah, das ist eine eigene Fläche, die man drücken kann. Okay. Disk erforderlich. Upgrade für... Ja? Marken setzen? Bestellen und bezahlen? Das ist ja wild. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch nicht so versteckt sein. 45 GB, ja gut. Das wird jetzt lustig. 56 GB sogar. Alter Schwede, ey. Wow. Kompliziert. Okay, das ist ja... Meine Güte, ist das umständlich. Gut, dann PC-Wertel, glaube ich. Ja, aber das Tolle ist ja, Leute, ich bin ja ein Mann, der sich vorbereitet. Und deswegen werde ich jetzt kurz switchen auf den PC. Gib mir eine Sekunde.